Ich auch, was haben wir nutzen können? Willst du etwa ab, ne? Das wird nicht klappen. Es reicht, ich komme. Alex ist schon komplett gepisst, Alter, lass mich doch einfach in Ruhe. Wir hauen doch nicht ab, was ist denn, was hat die denn für ein Problem? Wir müssen doch unser Navi tracken können. Dass sie sieht, dass wir da hinfahren, aber nein, kann sie nicht. Na gut. Schlag so in einem Rennen, ja, sollte ja...